Radio Hamburg TV Wir sind heute für einen Heiratsantrag am Volksparkstadion. Nicht meinen Heiratsantrag, den habe ich schon hinter mir, sondern der von Björn Krügel aus Stalzob. Björn, komm mal zu uns. Hallo Philipp. Hallo Björn. Björn, warum Volksparkstadion? Ja, meine Freundin ist ein riesengroßer HSV-Fan und ich dachte, dann ergibt sich die Gelegenheit sehr gut. Es geht um die Aureen. Und warum ausgerechnet heute? Wir haben heute unseren Jahrestag, 5-jährigen Jahrestag. Und ich dachte, dann ergreife ich mal die Situation. Wie sehr zittern die Knie? Sehr doll, sehr doll. Der Heiratsantrag findet natürlich im Volksparkstadion statt und nicht davor. Darum gehen wir mal reingehen. Alles klar. Na mein Schatz. Kriegst du noch Luft? Also ich freue mich sehr, dich vor 5 Jahren kennengelernt zu haben, mit dir zusammengekommen zu sein. Ich liebe dich unheimlich doll. Ich fange ja auch gleich an zu waren. Wie an Höhen und Tiefen, ne? Aber ich liebe dich trotzdem, egal was kommt. Ich will auch mit dir zusammen sein. Halt und grau werden. Wann soll denn die Hochzeit steigen, Björn? Im kommenden Jahr, spätestens. Auren? Ja, würde ich auch sagen. Schnell eintüten die Geschichte. Und Radi Hamburg wünscht viel Glück. Danke. Danke. Bitte.